so kann man da komplett rumlaufen das gehen wir mal schnell hoch scheiße ich wollte die Päden haben naja probieren wir es halt nochmal das schaut schon besser aus na kommst raus das haben wir gleich erledigt hier über uns ist auch noch einer ne ne anscheinend so sie hat nur die Rollläden zugemacht so was ist hier hinten nix oder nö hätten es ja ruhig mal was verstecken können läuft so perforierte schwänze sorry zack haben wir alle perfekt wir haben so ein kleines munitionsproblem nö nö äh, verkackt. Äh. Naja, das läuft ja nicht so geil. Oh, nö, nicht schon wieder von hier. Der lebt auch noch. Mein Gott. Jetzt kann ich es dann bald auswendig. Aber das kriegen wir schon hin. Ich bin ein bisschen außer Hüten. Oh, der ist ja gleich mal gestolpert. Scheiße. Gut, das läuft ja schon mal ein bisschen besser. Wer schießt denn da nur auf uns? Hm. Ah, beruhig dich mal ein bisschen. Scheiße, Alter. Muss ich echt vorgehen. Ja, komm. Wo seid ihr? Kommt raus. Ich lauf nicht nochmal nach vorne. Zack, das war zumindest mal der letzte. Na, herzlichen Glückwunsch. Das läuft überhaupt nicht gut. Ne, super. Hallo? Zieh mal ein bisschen besser. Oh, meine Brille. Ja. Genau, Alter. Ja, ja, komm. Läuft. Ich hätte gerne auch ein bisschen Deckung. Die ich ja nicht kriege. So wie es ausschaut. Ah, da unten. Ja, ja, komm. Ah, scheiße. Und nochmal hoch. So. Das war schon mal nicht schlecht. Hier lebt er noch. Alter. Das ist ein scheiß Problem. Ich hab kaum noch Money. Immer schön umschauen. Ich will die goldenen Teile haben. Wenn's sich... So. Einwärme mal gleich rein inhalieren, na. Oh, das war... Allein mal halt alles leer. Höh. Huhuhu. Wo denn? Wow, mit dem letzten Schuss. Das ist... Äh, dass die nur 10 hat, ist natürlich ein bisschen blöd. So. Alter, auf was für eine Entfernung bitte treffen die. Na komm. Scheiße. Ja, das war voll verkackt. Naja, gut. Ah, eh gleich wieder früh hier. Okay. So. Das lief schon besser. Mhm. Haha. Haha. Warst du's jetzt, oder? Oh. Na hallo. Bleibst du jetzt mal stehen? So. Pff. Geil. Die Frage ist natürlich... Da haben wir halt die Schrot. Komm. Da ist doch noch irgendwo was. Ich spüre es. Halt. Da war ja ein goldenes Teil. Eben. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. So. Ja, komm. Aha. Da wächst Unkraut. Ich seh ihn nicht. Ah, da oben. Ich seh ihn nicht. Äh, vier Schuss habe ich aber nicht mehr, ne? Was das Ganze jetzt aber auch nicht einfach macht, würde ich sagen. Scheiße. Scheiße. Ja, kommst du jetzt nochmal? Alter. Sei denn nicht mehr ganz dicht? So. Wo? Das habe ich gar nicht gesehen, Alter. Da wäre ich jetzt drüber gelaufen. So. Na, wo kommen die netten Ehrschaften denn noch aus? Ja, Gott sei Dank. Fressen wir gleich mal eins. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt so gut ist. So sehe ich das. Wo auch immer der hergekommen ist. Na, kann ich nicht weitergehen. Ja, das wird, wird ja interessant und spannend. Huch. Max. Hast du es jetzt? So. Oh, fuck it. Pisset. Hm. Das geht wieder nicht gut aus. Ich meine, es geht jetzt schon nicht gut aus für uns, aber... in diesem Teil der Stadt. Ich habe bereits mehr als genug Zeit genommen. Na, Jungs? Hola, chicas. Jetzt geht es hier richtig rund. Oh doch, nix no. Ja, mach die Luke ruhig zu. Boah, ich habe schon Paranoia, Alter. Heftig. So, warte mal. Da lag jetzt eh nichts, oder? Ja. Da kommt nur Jauche raus. Sehr gut. Okay, das war der letzte. Das ist schon mal sehr gut. Okay, das war doch nicht der letzte. Immer gut, sowas zu finden. Der Sound, der war ein bisschen komisch. Hm? Was haben wir denn? Für eine Waffe. Gar keine. Boah. Ich sehe nichts. Wo ist da der Punkt? Da vorne. Okay. Wo denn? Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Wahnsinn. Sehr gut. Mhm. So. So. Ah. Scheiße. Jetzt weiß ich wenigstens, wo er steht. So lange, bis ich auswendig kann. So. Hallo? Alter, geh in Deckung. Was ist los mit dir, Max? Was? Dann, Team. Verarschen lasse ich mich sicher nicht. Wichser. Na gut, hier haben wir alles. So. So.